Ja, Willkommen zurück zu Magica. Wie ihr seht, Robin hat sich schon ewig nicht gewaschen, deswegen steigen da so Dampfwolken auf. Ja, ja, würde ich jetzt auch sagen. Ja, 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 ja. Ja, oder hab ich das? Was das denn? Was das denn für ein Callum? Okay. Hält immer das Callum. Ja, dein ist da, Callum. Hallo, Callum. Ja, Callum. Ja, der ist böse. So, wum die Scheiße. Da machen die halt so kalt. Mein 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 mein. so ein kleines Schild noch ein Gollum was nur besser ist, ist die Frage nein, ich weiß nicht hey, der explodiert ey, 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 der hat Granat oder sowas kann man aufnehmen, aua hast du toll gemacht ich hab gar nichts gemacht äh, kann man das aufnehmen? was das denn? ne Pflanze das ist doch kein Sumpf mehr wuh, geh weg es kann laufen ja, tötet mich, gute Idee ich wollte das Ding töten geh doch mal weg, Tufi jetzt wäre der Feuersturm vielleicht Feuer alleine hat auch was gereicht aber ich denke mal, das wird mich immer öfter kommen na, Speicherpunkt nein, nicht im Kampfspeichern das haben wir gelernt aber das haben wir nur sehr schmerzvoll gelernt oh, guck mal, da ist dein Freund schön, der nimmt keinen physischen Schaden hä? das ist ein Zombie aber warum konnte er guck mal hier, mein Zeug heilt ihn ja, mein Zeug hm, das ist seltsam Zombies oh wie, oh Gott das ist ja wie dieser Schwuchtel-Endbus-Kampf Feuer heilt ihn, hallo? Feuer heilt ihn nicht aber eben gerade hatte ich doch ach egal danke bitte schön würdest du mich jetzt wiederbeleben? vielleicht Leute, ich hab hier einfach nur nen Teller und da ist voll mit Nudeln ich möchte mir nur jetzt n bisschen Suppe das rote heilt ihn auch, oder was? oder warum hat sie ihn vorhin geheilt? ja, ok und Feuer alleine Feuer alleine beschädigt also alles außer das rote irgendwie kombiniert wieso sind hier Zombies? was passiert eigentlich, wenn ich Leben auf ihn drauf mache? ach, Leben durch kommt der Schaden das ist noch ne Kolum ah! weg! weg! echen! ja, heil den! guck den den! ja, heil den! guck den den! na, dann geht's weiter durch den Wald äh, guck mal das so ein Kolumb-Priester ja ich will den Stab ich will den Stab bei der Beschwerden benettet ach so, die kann mich gar nicht so wegmachen oh, und sie sind schon wieder nicht anfällig gegen meinen normalen Schaden das heißt, wieder hier mit Leben und so drauf ich bin aber auch nicht anfällig äh, ok ich bin irgendwie gar nicht anfällig ok, was ist denn ich Blitz mach? oh, Blitz macht den Schaden Blitz, Blitz ich hab Wasser jetzt mal Splitz noch langsamer ok, warte ja so Kontroll-Priester muss erstmal wieder ins Spiel reinkippen ja oh ne ich mach das rechts und mach das links nein, es hat mich wieso gehen die denn beide auf mich an? nee, gehst du weg? oh, ich muss blitzen was ist das für eklig? kann ich mich noch mal nass machen, danke dass ich mich schlägst gleich mit Blitz heilen kann ja, wo bist du? unsichtbar aha hier hier, hier, hier hier ich dachte, das ist flaches Wasser wahrscheinlich na super das war ja auch toll komm hier lang, Moment komm hier lang ist gut, weißt du ich seh dich nicht dann töte mich mich halt mal kurz wo bist du denn? ich töte mich grad du musst mich dann wieder beleben, weil ich will den Stab haben aber warum bist du unsichtbar? ja, war ich siehst du mich? ja ich geh mir den Stab aber ich nehm jetzt mal dein ach, dein Gewehr mit, weil das war ja gegen die Zombie effektiv, ne vielleicht ich bin immer noch dafür, dass wieder oben lang läuft ich laufe ja auch da schon lang das ist ein Speicherpunkt hm, Gegner? nö ja, guck mal dass dieser Gollum Priester doch nicht schon wieder wieder schön für ihn nö 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 die haben neue Schwerter ich würd sagen, es gibt das ist ja nö 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 Ich bin doch gar nicht gefangen, was willst denn du? Nein, böse. Aber die nehmen ordentlich Handelsblitz. Hm, ich auch. Ich bin hier grad am Dauerspam. Warte, du musst die erst nass machen. Aber doch nicht mich. Boah, was ist denn das für ein scheiß Bossgegner? Wieso ist das ein Schlimmere? Na, die scheiß Gruppe da. Doch, wir haben zugreifen. Was haben die eigentlich für ein Schwert? Weil da kommen dann noch Spilette. Weil die können mit Gift werfen. Ey, ich find das nicht lustig, du scheiß Kind. Du musst nicht heil mit dem Verkippt sitzen. Wenn der Lebensanzeige grün ist, dann wird das ein Skelett. Du darfst die neue Waffe gerne vorlesen. Ich verstehe. Die neue Waffe, soll ich ein Schwert mitnehmen? Und Totenklinge. Und Totenklinge. Ein todkrank, verfluchte Schwert mit eigenem Bewusstsein. Schadenstyp Körper, Mittel und Gift. Extras, langsam vergiftet. Ob das so gut ist? Wieso ist noch die Bossanzeige da? Ich nehm mal, lieber mein Zeug. Ich weiß nicht, warum die Bossanzeige da ist. Ah, das Schloss, der Boss. Ach so. Oh, hast du mich mal wieder im Brand gesteckt? Kaputt. Ist noch nicht kaputt. Kaputt. Wieso folgen wir dem eigentlich? Keine Ahnung. Wird schon seine Gründe haben. Ich bin glitsch nass. Oh, nochmal. Und da hast du ein Buch. Oh, ich hab gar keine Zeit gestartet. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt hier unterwegs sind. Ist doch scheißegal, wir machen immer ein Kapitel. Das haben wir im letzten Mal, glaube ich, auch nicht geschafft, weil es einfach zu lang wurde irgendwann. Das Spiel wird ja bestimmt immer länger. Das ist gar nicht geschafft, du mit reingeschnitten. Keine Ahnung. Das Buch ist Totenerweckung. Das war ein geiler Zauber. Leil. Ja. Wir übertreiben es mal gar nicht. Mit Wegehnern. Übertreiben es gar nicht. Nein. Nein. Kannst du ihn mit deinem normalen Schaden, den physischen Schaden, putt man es gerne. Dann mach ich mir wieder SE, damit die Zombies alle weggeblieben. Die stehen ja immer wieder auf. Bleiben aber nicht weg. Aber die fallen um wenigstens. Fuck, ich sterbe. Ich bin tot. Oh, ich auch gleich. Was ist das für ein overpowereder Scheiß-Boss schon wieder? Ah, befreien, befreien. Ey, leck mich doch nicht. Das ist überhaupt nicht übertrieben. Ich mach gleich die QFASA-Technik. Das geht hier dringendauf wieder nicht. Scheiße. Das heil ich dir auch noch. Alter, Alter, geht so weg. Ja, mach Blitz. Gut. Ey, was war das? Das habt ihr alle geheilt. Verdammt. Ich brauche Blitz auf mein Haupt. Verdammt. Was hast du gemacht? Das hat alle geheilt. Ach nee, das heilen die sich selber. Oder wie macht die das? Erweck mich. Erweck mich. Ich weiß, dass das so Fehler sei. Erweck mich. Ich töte jetzt erstmal. Nein. Nein. Ich glaube, wir haben verkackt. Da kommen auch noch neue Flieger. Noch haben wir bestimmt nicht verkackt. Nein. So, Blitzen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein. 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 Bist du tot? Nee. Ja, nein, 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 nein. Aber ich bin tot, glaube ich, ja. Nein, 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 nein. Ich kann nicht leben. Ich weiß nicht, wieso. Oh, ihr sagt mir, es ist auch mein Hammer. Das sind viel zu viele, würde ich sagen. Das ist einfach krank. Ein Leuchtfeuerwerk. Einfach ein Bären. Aber irgendwann... Alter, Leute, ich bin tot, tot, tot. Du bist tot? Du auch gleich. Ich glaube, wir sind weg, aber ich komme hier nicht weg. Das ist mein Problem gerade, ich komme hier nicht weg. Jetzt bin ich tot. Ich auch, ne? Hier, Granate. Nein. Was? Auf jeden Fall macht die Granate damage. Ja, aber ich habe keine Granate. Mein Stab. Ah, der Spast heilt die. Aber wir kommen an ihn ja sonst nicht ran. Ich schmeiß das einfach mal nicht. Scheiße, ich habe ihn gerade. Kill den, kill den, kill den. Der erweckt die ganzen Kackzombie-Sieger. Komm, der versteckt sich. Nein. Komm, ich kriege ihn. Ist er tot? Nein. Komm, lass mich doch los hier. Ich komme hier nicht weg. Das ist schon wieder ein Bosskampf, der mir viel zu streichen will. Ich komme hier nicht weg. Guck mal, ich will frei mich und sofort habe mich der Nächste. Ja, ich muss mich auch heilen irgendwie. Du wirst jetzt natürlich sterben. Ich auch, wenn es so weiter geht. Was, ich bin weg? Wo bist du? Auch weg. Aber der war fast tot da oben, der vorhin. Na ja, auf den gehe ich jetzt auch instant. Der verskühlt sich immer hinter seine... Naja, ich habe ihn, ich habe ihn. Ja, ja. Ja, ja. Geh mir denn zum Mehl. Er ist tot. Ja, ja, ja. Nicht so. Aber lasst mich in Ruhe, ich komme hier nicht raus. Soll zwei Skelettkrieger, drei von diesen hässlichen Zaubern und vier zu viele Zauberer. Wie, hässliche Zauberer? Oder war da nur einer, oder nicht? Ja, der kommt aber nicht so rum. Ich spack auch gerade. Ey, ich kann nichts machen. Echt? Ich auch nicht. Ich zittere hier umher und... Ich kann mich zwar umherdrehen, aber ich mache irgendwie nichts. Also ich kann zwar Blitze einsetzen, aber mehr kann ich gerade in Ingen gespielt. Ich werde sterben. Ich konnte auch nichts tun. Ich bin auch tot, aber ich stand da jetzt nichts von besiegt. Ah, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Gleich auf den Mongo. Hä? Ja! Aber du stehst bei mir in der Tür. Mir ist scheißegal, ich spank dir kein Feuer. Au, ich bin explodiert. Ob er sich geheilt hat. Ich auch. Bist du denn gewesen? Hm? Wieso sind die davon alle gestorben? Ich habe gerade keine Ahnung, was hier abgeht. Wer da? Wer da? Wer da? Wer da? Wer da? Ist er tot, ja, ne? Ja, der Erste. Und da ist noch einer. Heil dich doch mal. Geh doch weg. Heil dich, du, Mongo. Och, ich komme hier nicht weg. Ich bin tot. Äh, ja. Ich heile mich. Ich bin auch gleich tot. Ich komme hier nicht raus. Jetzt hat er mich explodieren lassen. Das ist so lame. Also du machst oben einen tot. Ich mache noch einen anderen, was ich tot. Nein, nein, dieses Scheißspiel noch. Was? Ich hole mir gleich Hilfe. Die Hilfe. Ich hole gleich Hilfe. Ich hole gleich noch einen Spieler, ey. Warte, ich töte den da unten. Aber ich sehe ihn nicht. Das ist das Problem. Die Kamera lässt nicht die mich töten, weil ich mich nicht sehen kann. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, ich bin, glaube ich, tot. Ja. Ich noch nicht. Das Problem ist, wenn der andere Zauberer so weit unten auftaucht, dann sehe ich ihn nicht. Dann kann ich ihn nicht töten. Ich habe dich wiederbelebt. Bewege dich. Nee, ich bin tot. Boah, ich spamm mit Blitz, ey. Das geht ja gar nicht. Vielleicht, ich bin mir leid. Ich bin mir leid. Ich kann mich nicht, aber es geht. Nee, da oben. Nee, da oben. Ich bin tot. Nein. 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 Bestes Spiel ever. Aber die Anzeige oben war schon fast runter. Ja, ich weiß. Ich habe auch Blitz gestert. Da ist noch ein Zauberer. Den nehme ich jetzt mal. Komm, stirb Zauberer. Bewege dich da nicht jetzt mal. Ich bin tot. Ich auch. Wieso sterben wir denn so schnell? Ich sterbe, weil ich sehr viel physischen Schaden kriege. Weil, du hast doch schon mal gesehen, wenn du auf mich schießt, bin ich nach vier Schüssen tot oder so. Hm. Waren sechs. Wow. Hast du mal gesehen, wie viel der ein alter Charakter ausgehalten hat? Ja, dann nimm den halt. Ich mache hier gerade voll die Scheisse ab, ne? Ja, ist vollkommen egal. Hauptsache, ich habe es geschafft, dass du siehst. Ich drück einfach irgendwelche Knacken. Können die Zombies hier mal umfallen? Kack irgendwie. Wollen wir wieder heilen? Siehst du, wie viele verkackte Viecher da umgekommen sind? Sie heilen sich immer wieder. Das kann man doch nicht schaffen. Ja, 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 derer, 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 mach mich. Eigentlich doch nicht. Ich bin zuerst explodiert. Wenn die Zombies, äh, waren aber gegen Heilung ankommen. Nein. Schaffst du es irgendwie nicht zu rufen? Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Ich bin tot. Bist du tot? Nein, doch nicht. Nein, nein, nein. Ich habe mich irgendwie geheilt. Ich sehe meine Lebensabzeige nicht mehr. Geschafft, Anna. Sie haben es geschafft. Ich glaube, das war es, du es geschafft. Keine Ahnung, ist mir scheißegal. Wo ist der Speicher? Ich habe holt das Buch da oben. Das ist die Toten-Erweckung. Toten-Erweckung. Was kann denn dieses Zepter? Das Zepter starb der Toten. Mit dem Stab der Toten muss sich keiner mehr Sorgen machen. Wenn er Freunde tötet. Erweckt Verbündete. Okay. Brauch ich nicht. Brauchst du nicht, dann gebe ich mir. Da ist einer. Wo ist der, oder? Ja. Ist das der hier, oder? Schadens, Schnapp-Titon-Erweckung, Verbündete. Okay. Wo ist der Speicher? Weiß ich nicht. Mir liegt noch ein Schwert oder sowas. Ist egal, ich will das nicht behalten. Willst du echt nach rechts? Ich muss. Es ist der Leber-Gräber-Bi. Gut dann nehmen, er hat mit Gartoren. Obie, rupke, 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 rupke. Ich habe Angst vor dem Spiel. Warum? Weil ich weiß, wie die letzten Kämpfe ausgegangen sind. Da kommen wir da ganz schön wieder zum Beispiel rum. Ja, Totenentwicklung könnte man ja wohl wohl. Ja, stimmt, das haben wir jetzt. Da kommen wir da ganz schön wieder zum Beispiel. Stein, Rot, und dann Eis. QR-DS-R. Ich hab doch schon hier. Ja, ich bin tot. QR-DS-R. Ich bin tot. Genau. Die sind sehr intelligent. Dann startet sie, Polizier. QR-DS-R. Ja. Ich mag die Toten nicht. Vor allem, da ist mein Wacken immer noch eine. Oh, nee, da ist schon wieder so einer QR-DS-R. Nein! Nein! QR-DS-R. Nein! Au, ich bin tot. Ich hab mir da. Das wird bei dem Charakter auch immer so bleiben. Aber ich will die noch nicht wechseln. Hält doch mal weg hier, ey! Boah, ich hab' immer aufhören, mich zu hauen. Ja, Kämpfer mit beiden. Das ist doch nicht. Ich bin natürlich wieder tot. Cool. Okay. QR-DS-R. Gegen dieser Phönix. Okay. Brot halt der, äh, die war das? Genau. Guck mal, meine Zombies machen gar nichts. Schau doch mal auf, Böse, da jetzt. Ich hab diesen Mongo da gekillt, der die ganzen Züge beschwert. Nein! War meine! Ich kann hier eh nicht aus meiner Halten, wer Spaß ist. U, R, D, S, R. Das sind meine. Die hätten ein bisschen anders aussehen müssen, so kann man so irgendwie schlecht unterscheiden. Boah, ey. Die greift die gegenseitig nicht an. Keine Ahnung, warum die sich alle nicht anhören. Oh, cool. Das Spiel ist schrecklich. Die sind, glaube ich, einfach nur schlecht, weil wir immer noch nichts gelernt haben. Ich glaub, das neue Projekt wird cooler. Eigentlich hätt ich ja gerne mal deine Waffe. Hättest du die? Die hättest du die. Dann darfst du mich gleich mal killen. Nein! Okay, nimm ich. Wie du fast gar kein Damage machst. Okay, das liegt aber auch an meinem Stab. Wieso? Warte, ich mach mich nass. Wieso liegt das an deinem Stab? Ja, ich bin unverwundbar, also Schaden mindert sich bei dem Stab gegen alle Elemente. Aha. Warte. Ähm. Passivresistenz gegen alle Elemente. Das ist ja toll. Hätt ich auch gerne. Hm. Oh, nee, schon wieder so ein Baum. Na gut, die Bäume sind jetzt nicht das Problem. Ich kenne die Zombies schlimmer. Du musst immer aufhören. Außerdem kenne ich die Bäume ja immer noch dichter. Wahrscheinlich, weil ich Host bin. Ja, klar. Komm, hier geht's rein. Ich bin ja schon da. Hier ist aber nicht. Toll. Ach, das ist noch ein Baum. Ja, einfach mal kommen. Einfach mal von jetzt auf gleich. Hat der Katke kurz? Keine Ahnung, aber die Bäume halten eh nichts aus. Oh, das sind... Wie schön deine Waffe doch ist. Oh, schon wieder Bäume. Das ist die Taktik, die man gegen Bäume vorgeht. Ähm, ich glaub, da war was auf dieser Hälfte. Okay. Da sind wir nicht. Nein, gehen wir halt nicht. Hier. Das teile ich nicht dicht, glaub ich. Ja. Ich glaub, das ist einfach nur der Rückweg. Okay, ja. Das ist... Nein! Nicht... Nein. Wie kann ich mich denn schnell heilen? Wiss ich nicht. So. Ja. Okay. Jetzt wird's doch zahlbarer spielen. Regnet's? Ja, irgendwie regnet es. Guck mal, da schon wieder Gollum. Ah, nee, der ist Vampir. Hallo, nicht Vampir. Na, nee, der wird uns vertrauen. Er wird uns so vertrauen, dass uns wahrscheinlich töten. Das ist bestimmt der irgendwas. Und dann noch diese schöne Musik. Nee. Hey, hey. Kann man sehr eh nicht leiden. Die sind aufgemotzte Magier. Ich hätte wenigstens nur mit ihr reden wollen. Hättest du das. Guck mal, da ist schon wieder so ein Zauberstab. Sag. Er kann doch mal nichts. Stab des Lebens. Der Stab des Lebens ist ein Seltsamsobjekt. Er erscheint spontan in Gärten zu wachsen. Passive Fähigkeit, Regenerations-Aura, aktive Fähigkeit wiederbeleben. Der andere Stab, den du vorhin hast, war mir nicht besser. Aber da habe ich nicht mehr, weil ich ja nur noch deinen Standardstab hatte. Und jetzt müssen wir ja nochmal durchlaufen, ohne die zu knühen. Den fand ich gut. Also hör auf damit. Aber er hat gesagt, Orbsbewohner sind böse. Aber hier ist doch gar kein Dorfbewohner gewesen. Nein. Wir haben die Dorfbewohner eh ausgelöscht. Da ist keiner mehr krank. Super. Wir sagen, wir müssen die heilen. Ja, sieht wohl so aus. Was? Du siehst hier irgendwo Dorfbewohner? Du heilst bei mir in nichts. Na cool, bei mir sind aber Dorfbewohner da. Egal, ich heil dir einfach, lauf mir nach. Deswegen habe ich mich ja gerade gewundert und habe gesagt, hier ist nichts. Wie du einfach mal ins Nichts heilst. Das ist genug. Soll ich mal jetzt mal? Nein. Guck, jetzt habe ich alle geheilt. Das ist der Katz. Ja, eine Leere. Da soll ich jetzt bestimmt... Der geht da jetzt hin. Und er redet. Also das Reden höre ich, aber sonst ist keiner da. Ja, Leserschwerter oder was? Ja, Mann. Wow. Da ist einfach ein Zauber drauf. Oh, das ist mein Dorfbewohner. Katz und Oder, jetzt habe ich einen Piri-Halker-Ralpe. Aha, okay. Er setzt sein Leben nicht aufs Spiel. Aber wir sollen es, ja? Ich setze dein Leben auch gerne aufs Spiel, aber wahrscheinlich stirbt meiner Liebe eher. Das gemacht ist klar. Na, was ist wichtig? Komm, Schwuchs aus. Er wird vernünftig sein, Acha. Na, wenn er meint. Oh, es ruckelt. Nicht? Ja. Noch, noch. Ich kann nicht laufen, es ruckelt. Nee, weg, da ist... Jetzt ist es wieder normal. Das hat eben extrem geruckelt. Ich kann gar nicht. Oh, guck mal. Na ja, liegt ne Leiche, ja, wie so. Mit schwer ist er das, er... Nein, du bist doch ein Spatz, bist du. Nie bis brennt erlöser, älter, 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 älter. Ich sag's dir doch, der ist der Endboss. Ja, war doch fast schon klar. Nee, nee, miskraten upektabot, misankreslottu. Deriumhi, duvuhetplopti, slottir, idreskira. Schloss im Sohn, voll im Ruh. Ganz toll. Hatten sie recht, ja, ja. Das überspringt. Minulwald. Er muss uns töten. Ich bin dunkel. Oh, würdest du dich mal auskotzen? Oh, guck mal, was der für ein Handschuh hat. Ich bin... Oh, ein Vampir. Nee, du bist ein Vampir. Das wusste ich. Ich kann mein Leben so schwer. Oh Gott, ist der schnell. Alter, boah, ist der schnell. Das geht ja gar nicht. Boah, ist der overpowered. Alter, alter. Alter, ich bin so, ne? Ja, ich weiß, ich sehe ich. Der Tod erwartet euch. Ich hätte wahrscheinlich doch einen Charakter explrieren sollen, der ein bisschen mehr Schaden auflösen. Geil ich ihn einfach mit Nahtkampf an, ich kaufe der Mensch wieder zu. Hallo, warum macht er immer meinen, mein... Ne, oder machst du meinen Zauber weg? Nein, ich mach gar nicht. Ich zauber dich mal. Okay, dann macht er immer meinen Zauber weg, weil ich kann mich nicht, äh, schützen. Er ist tot. Er ist tot. Errungenschaft, frage ich sein, ich spiel's noch einmal flatt. Ich werde das Spiel ganz sicher nicht nochmal spielen. Oh, ne, ich spiel's mal die Waffe von dem. Level geschafft. Wenn er es jetzt wegzuloportiert, sind wir doch bestimmt wieder am Anfang. Wetten? Natürlich. Dürfen wir das ganze Spiel nochmal spielen, Mr. Kapitel 10. Erst Grimm, dann fangen wir. Nach einem fürchterlichen Missverständnis griffen die Zauberer den Grafen an, der gar nicht anders konnte. Ein fürchterliches Missverständnis. Sie schranken zu weisen und in die Unterwelt namens Niflheim zu bannen. Dort sollten Sie jemanden suchen, der Sie wieder in die Welt des Dinglichen bringen konnte, um zu Fafnir. Wow, was für ein Missverständnis. Ja, der überwegt sich jetzt nicht mehr weiter. Fuck. Okay, wir sind zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.